Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Häufig ist die Brühe von solchen Ramensuppen wässrig und ein bisschen fade. Unsere Brühe wird total cremig, aromatisch und hat schon fast so eine fleischartige Note, obwohl die Brühe natürlich hundertprozentig vegan ist. Ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen, damit der Ramen schön durchköcheln kann. In unsere Ramensuppe kommen relativ wenig Zutaten, das war mir einfach wichtig, weil häufig bei solchen Rezepten irgendwie 50 verschiedene Pilzsorten reinkommen und schon eine bekommt man irgendwie kaum im Laden. Wenn ihr erstmal diese köstliche Brühe habt, könnt ihr auf jeden Fall selber entscheiden, welche Toppings ihr in die Suppe geben wollt. Ich habe schon mega Kohldampf und würde sagen, wir legen direkt los. Wir schneiden jetzt erstmal den Ingwer klein. Als nächstes schälen wir drei Zwiebeln und halbieren sie. Als nächstes schält und sechstelt ihr eine Kartoffel. Jetzt gebt ihr zwei komplette Knoblauchknollen. Die Zwiebeln, den Ingwer und die Kartoffeln in eine Backofen geeignete Form. Und da kommen jetzt drei Esslöffel Öl drauf. Ich nehme geschmacksneutrales Kokosöl. Das Ganze vermischt ihr jetzt ein bisschen, dass das Öl auch wirklich überall gut drankommt. Und dann gebt ihr das Ganze bei 220 Grad Ober-Unterhitze so lange in den Ofen, bis alles von allen Seiten so richtig schön dunkelbraun ist. Dafür müsst ihr das Ganze natürlich ab und zu mal umdrehen. So sieht unser Gemüse jetzt aus. Diese ganzen Röstaromen geben unserer Suppe ganz viel Aroma und Kraft. Wir gießen jetzt erstmal heißes Wasser auf die getrockneten Pilze und lassen sie dann ca. 20 Minuten mit geschlossenem Deckel ziehen. Als nächstes erhitzen wir das Öl und geben die gerösteten Zwiebeln vom Blech mit dazu. Das braten wir jetzt nochmal ca. eine Minute auf hoher Hitze an. Dann geben wir den Zucker dazu und karamellisieren das Ganze auf mittelroher Hitze und errühren ca. drei Minuten. Jetzt geben wir das restliche Gemüse dazu und dann unsere Pilze samt Wasser. Den Kornbill zerteilen wir und der kommt mit in den Topf. Mixi mixi. Jetzt kochen wir unsere Brühe kurz auf, stellen sie dann auf kleine Hitze runter, schließen den Topf und lassen sie 90 Minuten köcheln. Danach seien wir unsere Brühe durch ein Sieb und holen dann die Kartoffeln und den Knoblauch raus. Das stellt ihr dann erstmal zur Seite. Den Rest lasst ihr jetzt richtig gut abtropfen und drückt es richtig schön fest durch das Sieb. Optional könnt ihr das Ganze auch super durch ein Tuch pressen, damit ihr so viel wie möglich Flüssigkeit rausbekommt. Ein kleiner Tipp von mir, weil ich mir die Hände verbrannt habe, lasst es erst ein bisschen abkühlen. Jetzt drücken wir den Knoblauch aus und zerdrücken die Kartoffeln damit zu einer Art Paste. Alternativ könnt ihr natürlich auch sehr gerne mixi mixi machen. Die Paste gebt ihr jetzt zur restlichen Brühe und berührt das Ganze gut. Dann gebt ihr die Miso-Paste, die Sesampaste, optional den Mirin und die Sojasauce dazu. Die Brühe kocht ihr jetzt nochmal ganz kurz auf und lasst sie anschließend ca. 15 Minuten auf kleiner Stufe köcheln. Wie ihr seht, ist die Brühe richtig schön cremig und dunkel und hat wahnsinnig viel Geschmack. In der Zwischenzeit könnt ihr super eure Toppings vorbereiten. Ich habe mich unter anderem für Fleischersatz im Chicken Style entschieden. Spanien ist voll das Pilzeparadies, deshalb konnte ich jetzt hier wirklich mal ein paar exotischere Exemplare ausprobieren. Aber das Ganze schmeckt auch ganz prima mit normalen braunen Champignons. In meinen Rahmen kommt auch noch ein bisschen Pak Choi, damit das Ganze frischer wird. Wir richten unseren Rahmen jetzt noch richtig schön an und dann kann gegessen werden. Ich finde, dass Mais und gebratene Zwiebelringe das Ganze richtig schön abrunden, aber eurer Fantasie ist hier natürlich keine Grenze gesetzt. Und ganz ehrlich, bei dieser köstlichen Brühe könnt ihr kaum was falsch machen mit den Toppings. Wenn ihr auch findet, dass dieser Rahmen köstlich aussieht und euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Selbst in Malaga stehe ich gerade fast jeden Tag in der Küche, um neue leckere vegane Rezepte für euch zu kreieren. Deshalb würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020